hallo und herzlich willkommen bei no man's sky schluss einschalten hast heute haben wir zwei dinge vor also ich habe zwei dinge vor erstens möchte ich die die den runden raum solündischen raum und von atlas schnittstelle suche eine atlas schnittstelle da muss man halt in himmel und galaxiekarte rein klotzen aber zuerst wollen wir oder möchte ich erstmal die runde kapsel bauen mal schauen wie die aussieht ich brauche ein bisschen rein ist verriet und dann fliegen wir mal los es gibt ja mehrere mission es gibt ja mehrere sektion sektion mission so hat er mich schauen noch mal als hier primäre mission mit einem stern zum beispiel weltraum und atlas aber ich glaube ich denke mal wenn das mal atlas machen weltraum ist das nehmen wir sagen erstmal atlas weil wir bräuchten vielleicht sogar atlas karte und dann die wir haben doch was aufzubauen oder oder aufzumachen gibt ja zum beispiel hier da brauchen wir da ein atlas karte das war durch mal ist normal ich brauche es um ab wir kommen dass keine traur oder nicht drohen nicht heißt der wächter wächter drohne und dann wollen wir mal setzen wir mal hin gehen wir mal hier runter genau klar letzte folge ich habe hier den solar mal gucken wir können noch schnell zur batterie noch mal schnell nein bisschen verkehrt wir müssen hier rein sieht es aus batterie ok es lädt dann auf ok das lädt auf und wie sieht es mit einem generator ok das offline die batterie lädt ja noch gut dann möchte ich mal sagen wir bauen mal uns das teil ein riesen ding warte mal ich kann sogar hier oben hinstellen oder warte mal wie kann ich das noch mal gucken lassen wir mal schauen v v nicht mal die kamera genau so 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 zwei mehr hier oben nicht leicht hier so hin und dann noch mit dem tunnel verbinden geht das vielleicht warte mal jetzt bin ich mir gerade überlegen da ist der eingang da ist der glaube ich das wieder batterie oder was das ist okay wir müssen das mit batterie ich setze einfach mal hin so gehen wir mal raus ok so wie komme ich jetzt hier rein ok ich muss hier irgendwas verbinden da werde ich auch mit dem solar vielleicht verbinden da hin und dahin gut haben das verbinden und wie komme ich jetzt da rein muss ich bestimmt noch eine tür bauen oder was kommt so viel ein großzügig im zentrum ok aber wie nee nicht wirklich oder es kommt die fest weg kann ich was auf was freischalten noch so warum machen wir mal so sehr schön schauen wir schauen noch mal hier rein dass ich noch mal rein reinschauen da fehlt doch bestimmt noch irgendwas technologie struktur gehen auf struktur wenn ich jetzt wende machen wir das ja stein ok es geht nicht mehr als fundament bauen ich denke mal werde ich bestimmt noch irgendwer freischalten müssen weil ich komme ja sonst ja nicht rein oder ok ich hätte das lager machen können ich trotzdem naja sehr kann ich ja so rein auch hier ist leer wo war das jetzt genau atlas pass v1 wird benötigt das hier genau da werden wir bestimmt mal ein atlas ich würde warte mal hier ist da uns ok es ragt raus hier ok hier war ich noch ein bisschen bio treibstoff rein genau da haben wir ein bisschen energie und dann werden wir noch mal was man unser raumsschiff werden wir mal hoch gucken wo ich gehe erst mal rein im flugzeug ich wollte gerade auch hubschrauber gedanken mäßig so x nee ok nee geht nicht ok da muss ich erst mal muss ich starten energie wopzelle muss ich noch machen ach wie war denn das was brauche ich was brauche ich was brauche ich da was was habe ich dafür gebraucht was jetzt hier lassen wir mal schauen ach ja genau hat er doch bekommen der stell muss erst mal her und jetzt können wir doch jetzt die ist das energie speicher tragbar nee nee ich wollte man doch ja das ja genau doch da brauche ich feinstaub hier würde ich noch machen ich habe das immer noch schnelle feinstaub noch holen der feinstaub verriet staub das sind von den kleinen hier genau gut reicht das jetzt jo so und jetzt kann ich mir doch genau dicht durch dann warte mal ein zu hier rein ich da brauche ich 75 gold das könnte ich höchstens noch verkaufen oder ne das gold brauche ich auch was anderes noch das werde ich noch behalten bisschen ok warte mal das habe ich das habe ich nochmal ach ja das ist erstmal schlechte vorbereitung ich weiß jetzt wir brauchen und dann achso dann muss ich dann nochmal hier rein wo bist du generator ich werde vielleicht auch vielleicht mitnehmen oder bauen und ich lasse ihn stehen ähm hier rein und start na zwei minuten doch so viel haben wir so viel gesammelt ja na dann lassen wir es noch ein bisschen mhm ja was mache ich jetzt ja oder ich baue das nochmal ab hier und setze später nochmal drauf das Deko oder ja 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 das ist nur Deko Solar genau für Solar brauche ich die alles Gold genau das habe ich ein Raumschiff drin das Gold aber wir haben ja noch den Bio Generator jo spiel dunkel tja ich wollte gerade sagen live aber ne ich bin nicht live ja wie sieht es aus 40% kann ich ja schon was rausnehmen dann baue ich mir jetzt nochmal ein bisschen Energie okay das achso Medaillplatte da brauche ich 100% ich brauche wieder natürlich verriet Staub und ich wollte gerade sagen ich hätte auch das das hat ein Fehler passiert nur einmal das ist mal so kreatur genau einschießer so da bauen wir uns nochmal eine Medaillplatte so 2 ach doch so jetzt kann ich mir doch bauen oder jo achso ich brauche noch mehr wo ist mein ja ja da war ich wo ist mein Lager schon wieder hin war das vorhin war das letzte Folge auch schon da so wo ist meine Bases da da was steht es doch blind achja tatsächlich durch ah gut wir brauchen jetzt das brauche ich oder warte mal zum aufladen ne wo war denn das jetzt genau das brauche ich lebenserhaltung warte stop stop scheiß ich habe es jetzt voll vorbei jetzt mist ich kann es nicht mehr bauen das oder uran tja wo finde ich jetzt uran ja gut dann müsste ich jetzt einfach nur noch mal so die blauen dinger noch mal suchen da ist auch gleich da und dann fliege ich mal los da fliegt man los oh sorry ich glaube ich verschwinde ich verschwinde erstmal und versteck dich genau ich verpisse mich jetzt hier ich soll mich jetzt verstecken und ab zünden alarmwächter abwehr jägerschiff schwärmt aus muss ich sie jetzt bekämpfen ich würde nur eine galaxie da okay wenn ich den abschieße kriegt bestimmt auch was schönes oder die schießen mich ab kann auch sein hey 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 warte 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 jetzt 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 kommt kommt zykl die Schasse du willst wo sind da oh sehr schön und wenn der jetzt abstürzt kommt wissen uns so okay suchen und 1. Mai ich gehe mal auf Galaxie Karte das Wort X okay nicht verfügbar warum nicht warum hängst du jetzt das Spiel lebst du jetzt nach oder was so drücke X jetzt geht's okay da war ich noch nicht und jetzt such mal ich muss doch da hin oder du möchtest denn hier so irgendwie ja ich möchte aber nur ich möchte aber Atlas genau da da will ich hin da muss ich hin warte ich geh nochmal raus zurück so lass mich mal schauen was zeigt ah stop 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 was was bist du Raumstation genau da war ich ja schon mal und was zeigst du mir hier an das ist dann die was bist du Weltraum das war genau da wollen wir auch schon drin als würde ich sagen fliegen wir doch mal dahin suchen wir mal den Atlas ich bin mal schon was wir jetzt für uns entdecken jetzt fliegt man in der anderen Galaxie oder ne Galaxie oder ich weiß nicht wir haben gleich sehen wo wir ankommen kann ich auch steuern so ne ne flieeg letzte mal angekommen boom uuuuh starb ok neu entdeckt drei Planeten äh drei Monate wissenschaftlich ausgeglichen nie was was ist das denn ach hier ist eine neue Station Raumstation komm wir scannen mal ich fliege mal zur Raumstation mal schauen bumm so jetzt scannen oder wir fliegen mal rein wir schauen mal ach genau wir haben noch ein bisschen gold oh gut das geht automatisch und zwei Stunden zehnmal da vorgeflogen ich bin der neue okay was das wir ganz egal verkaufen das sind die ob ich mehr wie vergeteilt ist da 19.000 komm ich verkaufen mal was verkaufen das braucht man kohlenstoff ne das brauchen wir auch noch das würde ich behalten wir haben dann noch wir haben dann noch irgen ja genau das kommt doch verkaufen ja Metallplatten welche welche herstelle natrium nitrat das minus was haben wir noch okay was kommt was kann man kaufen und selben scheiß okay komm gucken wir nach dem waffenhändler vielleicht lass mich mal schauen wir mal gucken ob ich ja ja ich kann mich zu meiner base cool aussehen oh was da war es mäßig ne ich will ja einfach nur waren das der weiße hier der weiße fand ich cool kostet das geld der weiße waren es sah nicht schlecht aus reisender was ist das oh ne wir sind ganz normal ja genau Panzerungen machen wir schwarz Handschuhe schwarz 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 schwarzen 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 dem so wissen wir sind ja finde ich cool irgendwie finde ich wohl so sie schön aus nicht so schön wie ich aber ja war schöner ist als meine meine wenigkeit ist sie schminkt ich habe eine zeit wo man ja nie zahlt das so komplex manchmal dann manchmal schnell dich ja wird man vielleicht noch nur verkaufen zeigt mal was oder gibt es ja aufträge dann schauen die tauschen so viele karte kaufen nein 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 mission was kannst du für mission machen um geld zu verdienen schwerer schatz transport lokale mission schwerer schätze mission stufe 1 allklau denkt man muss bestimmt eine waffe haben oder so das von verbesserung lager erweiterung module ich gucke hier noch mal rein kaufen c wechseln raumschiff exo misch kaufen mission das schiff auto ganzer auto oder meine form kommen kann ich hoffentlich exo fahrzeug abgewählt muss ich mich mal beschäftigen aber ich habe ja kein raumschiff technologie raumschiff und klasse c ich kann mir alles nicht kaufen ach ich das hier was ist das modul start schubtüse modul modul ist flexibel und ok was das impulsantrieb ok besser manöver machen oder soja oder könnte man kommentare schreiben was sie da auskennt oder so ist nicht so viel betrieb hier oder so starten wir mal gucken wir mal soo scannen kupfer verrostet mal und guck mal oh hohe wächter ok schnittstelle suchen ok ich drücke nochmal x gucken nochmal raumschiff ok da atlas wegpunkt frei ach so frei umsicht kein treibstoff dafür das einzige ist hier als mich jetzt wieder mal zurückfliegen hallo spiel hallo spiel hat er mich wieder ok dann muss ich jetzt mal also muss ich jetzt mal landen und mir wird er über antrieb bauen impulsantrieb als ruhig das gleiche herstellen so ja und jetzt kann ich doch und da sage ich mal fliege mal fliege mal wieder zurück da wo der atlas links da ist komm zurück fliegen wir wieder zurück irgendwie oder schnell ist irgendwie nicht einfach mehr anzuarbeiten also das eine das letzte ich irgendwie schnell ich das jetzt nicht rückkreis geht immer schneller hinreise ist wie wenn man in urlaub fährt so ist der anreise immer so drück auf atlas da genau da muss ich hin nein warte mal ist es nicht da ich habe gerade den finger auf drauf gezeigt ist nicht da mein ein anderer base ja schnittstelle ändere den fahrer zum galaxie mit rechts links und nein 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 hier bin ich wir fliegen mal hin vielleicht können wir uns eine Waffe kaufen irgendwie schneide ich jetzt irgendwas nicht hier da oben ja oder ab multi multiwerkzeug ok technologieerweiterung multi klasse verbessern füge ok weißt du was wir machen jetzt mal eine mission ist es mission da hat er kauft was ach ja bist du das mission genau kommt wir machen mal eine mission versuchen mal eine mach foto auf ja geht das schickige welt ich habe auch keinen rennen ach komm wir versuchen es mal habe ich das jetzt schickige mission aufgeben aufgeben zielplanet erkunde erkunde braucht fotos wie sagte mit den atlas irgendwie schnell ich das ja irgendwas jetzt nicht da können wir mal wirklich mal ein kommentar schreiben ich habe ein bisschen vor produziert also vielleicht kann sein das nächste folge das was was bist du weltraum das ist mein mein zuhause genau zykl schickige planet ich stecke in planet 3 hallo wüsten planet naja wärme ist doch stickig oder ach komm wir auch mal hinfliegen mal mal schauen mal weg schwarze löcher mal weg schwarze löcher mal schauen was jetzt ist 36 36 wüste weitraum entdeckt hatte langsamer und dann weg zu untersuchen stab und wo was bist du wie kann ich dich untersuchen gar nicht mit aussteigen was treibt auf einen 70 prozent 69 prozent da finden wir noch ein bisschen vielleicht baumaterial für unsere kunden kapsel und wie kann ich fotos machen mit mit foto modus ist auch oder so ding oder so aus gibt es schatz munition haben wir das sind bestimmt alle friedlich sind bestimmt genkarus sein oder so ich drück mal ist das sonst noch irgendwas hier kann man abbauen ein paar fotos von folgende stickige welt ich versuche es einfach mal äh x und foto modus ich gehe mal auf foto modus steht das jetzt oh da ist was abgestutzt klasse schatz was haben wir noch hm ah ok habe ich das nicht gelootet minus grad das wird geil wird ja eine wüste wird es halt geil aber ich frage mich trotzdem wie kann ich ein foto machen was steht da doch steht da hm ich glaube das ist ein falscher planet oder so weil muss irgendwie stickig werden ja oh speichert wieder was breiter ich merke mir das nie ah metall wer hätte es gedacht dann bleibe ich lieber auf meinem planet da ist irgendwie an die nemer das ist irgendwie schnell ich das jetzt nicht wir können höchstens mal zu alle anomalie mal hinfliegen hinfliegen also nicht so meint Raumstation ach nee ich bin auf dem Planeten ich glaube geht noch nicht so weit oder hier gut im Planeten kopf vor seid aggressive aggressive wächter mit geringer atmosphäre also könnte ich rein dadurch vielleicht ist das naja fast keine energie mehr sag mal doch 100 100 man ja hatte mal ich bin verkehrt 75 also passt schon impuls ich lande so ich gehe mal kurz oder in der ansicht normale ansicht wir scannen ach zielplaneten erreicht ok locker ist hier okay ich hab sie jetzt gefunden okay wir haben sie von ach nee da oben da ja warte mal lassen wir kurz mal schauen ach kommt dann machen wir das ach so zu seinen hin und her ich manchmal schnell ich das echt nicht ok ok geht nicht ok da fliege ein bisschen tiefer minütchen achte schaffen schon ich glaube ich bin echt überfordert es ist doch mein ist doch meine wohnung hier oder genau vor ganz zeit auf meinen auf meinen planeten komisch aber wir haben wenigstens gekämpft gegen piraten wächter und es war 14 sekunden ich muss hochziehen 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 ok da ok da aha ja ja landet ja da ach da ist das okay ich muss da hoch da sagen wir die mission die machen jetzt wer jetzt noch dran ist an meiner folge hier mein video wer hat schon mal geguckt veranhalte durch die galaxie also ich finde es genial ich finde es cool okay mehr als signalquellen verfügbar der turm verfügt über einen wichtigen sender aber ich habe immer einen sender manchmal große entfernen möglich durchsätzliche energie sein um aber gemein kommt auch so hoch du bist es wieder oder in er kann kein traum was stimmt nicht aber okay frage wer wer ist er da haben wir lacht womit hat eine vision von einem roten stern und einen zerbrechlichen welt ich verstehe weder die form die ich sehe noch sie lebensform die bis an den äußersten rand der galaxie verteilt sind ersten artemzug eines diesen fremden der sich nach den sternen sehend und die durch und durch die dunkelheit hindurch durch anomalie entdeckt bezeichnung bezeichnungen erwachen das war die aufzeichen 1 600 hoch inklusive der seltsamen betragung die ich empfangen habe großteil meines ausrüstung ist beschädigt ich bin allein gestrandet die welt ohne sonne da habe ich schon die ball klaus signal booster mach mal okay ich werde ich finden drück y das ist bestimmt irgendwo wächter wo ist mein zu hause warte mal ich lass mich kurz mal scannen den rechter irgendwo da 14 minuten flugzeit so ich würde sagen wir fliehen nach hause oh mikroprozessor das ist schön und los start 3 minuten ach wir sind gleich da 20 sekunden ich habe den booster habe ich ja schon gebaut acht sekunden oh shit falsch dass die drückt bin zu schnell oder nee oder mal oder hab ich nicht aufs dach gesetzt hab ich den nicht gebaut ich könnte mich daran erinnern dich doch gebaut aber was bist du du bist der generator du bist der batterie da du bist doch der booster signal booster warte mal geeignet signal booster lokalisiert hebel signal booster mit links ok habe ich ok nicht auf den planeten na gut ich denke mal das reicht erstmal eine stunde das vier ich hoffe ich seid noch dran dann sage ich mal danke fürs zuschauen bis zum nächsten mal tschüssi 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 tschüssi